Bleib stehen, Junge! Bleib stehen! Warum bleibst du denn? Ladies & Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unboxing Extreme hier auf dem O2-Kanal. Danke an alle, die hier fleißig abonnieren, immer schön kommentieren und mich immer wieder an irgendwelche Orte schicken. Immer wieder an die verrücktesten Orte. Heute wieder in München. So verrückt. Ladies & Gentlemen, super Wetter. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Regie, wie sieht's aus? Gibt's irgendeine Ansage? Was machen wir? Okay, ich bin gespannt. Ladies & Gentlemen, ich sitz jetzt hier in meinem Go-Kart. Ich muss jetzt ein Rennen fahren. Gegen wen, weiß ich nur nicht. Aber, so wie ich's verstanden hab, der Gewinner darf am Ende das Paket auspacken. Unboxing Extreme vor dem... Bist du nicht der, der eben hier gearbeitet hat? Du bist doch hier... Hast du nicht eben gesagt, dass du Rekordhalter hier bist? Let's go! Ah! Oh shit, das war falsch rum. Ich bin falsch gefahren. Ich hab ein Navi. Mein Navi war auf. Bleib stehen, Junge! Bleib stehen! Ich seh dich! Ich hab dich! Ich krieg dich! Ich seh dich! Ich hab dich! Ich krieg dich! So, Ladies & Gentlemen, ich habe... Ich hab verloren. Ich glaub, das habt ihr alle gesehen. Aber, wie ihr hört, hat der da oben noch zu tun und ist fleißig weiter am Fahren und bereitet sich auf irgendein Rennen vor. In Monaco, Marokko, irgendwas mit M. Ich hab's nicht ganz verstanden. Jedenfalls. Hier ist das Paket und ich darf jetzt auspacken. Was ist das denn? Ey, das ist ja richtig... Das ist ein Notebook. Ladies & Gentlemen, das ist ein Notebook. Asus Rock Strix G17. Geil! Warte mal. Aha! Allein das schon. Guck mal, du machst die Packung auf. Das ist Technik. Das ist Technik. Wieso? Wir legen mal das Notebook zur Seite. Das hier ist interessant. So! Dann wollen wir mal. Ah! Traumhaft! Boah, das ist ja ein riesen... Riesending. Wunderschön. Wunder... Schön. Ich finde das Design unglaublich schön. Also in jedes Gamerzimmer passt das perfekt rein. Mit den ganzen Lichtern, wenn du streamst. Einfach nur, damit du auch weißt, mit welchen Tasten du spielst. Ja? Das sind die Tasten, die du benutzt. Die anderen nicht. Die anderen brauchst du nicht. Wofür? Damit du was schreibst? Pfff, lächerlich. Damit. Also der fährt immer noch. Habt ihr das gehört? Pfff, du kannst immer noch nicht fahren. Der ist am Trainieren fürs nächste Rennen. Ach so, deshalb mit dem Go-Kart. Rennen, spielen und dann... Boah, O2. Diese Assoziation, die ihr immer schafft. Chapeau. Also, Republic of Gamers, Ladies and Gentlemen. Asus ROG Strix G17 Republic of Gamers. Die Verarbeitung ist heftig. Ich finde diese Farben generell super. Der AMD Ryzen 7 Prozessor in Kombination mit dieser Grafikkarte RTX 3060. Das haut dich aus. Den Socken. In der Bahn zocken. An der Bushaltestelle zocken. Egal wo. Lad das Ding auf. Mit dem starken Ladegerät hier. Geh raus und schrei einfach. Weil wenn du zu Hause mal rumschreist, weil du da zockst. Nachbarn beschweren sich. Mama beschwert sich. Damit Bushaltestelle. Alle beschweren sich. Ich muss hier ganz kurz ein Spiel gewinnen. Währenddessen lest euch mal die Features durch. Die sind irgendwo hier. Also da seht ihr, was das Gerät noch so kann. Ich glaube hier oder hier. Guck kurz. Okay, ich habe verloren. So Ladies & Gentlemen. Und natürlich könnt ihr diese ASUS ROG Strix G17 gewinnen. Was ihr dafür tun müsst ist, schreibt uns einfach in die Kommentare, warum genau ihr das braucht. Und abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Schreibt schön in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal machen soll. Und für alle weiteren Infos ist hier irgendwo eine Infocard. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Marco Jaha. Ja New 시stläre, didn t 비atisch, ich versuche jetzt nicht einfach die Bfluke. Leute, wenn Sie es nichtbracht, ist immer noch einfach. Ade, ich bin lange und jüngere Interneastkonferen. Auf Wiedersehen auf nen mitten Gle Force. Die ist nicht merkeisch. Schroge jetzt auf meineoncmap.